Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallo. Die große Schlacht steht mir vor. Oh ja, zumindest die erste. Was haben wir denn alles dabei? Wir haben dabei ein Juti natürlich. Wir haben drei Thylakuleus, dreimal Polargeierbär, zwei Rhinus. Das wird interessant, wie die sich schlagen. Ja, und den Rest sind Rex. Das müssen elf Stück sein. Ja, ein Techrex, den haben wir noch gefunden. Das ist unser höchstgelevelter, 191. Ja, lass mich mal durch. So, dann. Letzter Zutrat. Bist du sicher? Nein, ich hab Angst. Aber naja, sind nur Pixel. So, ich werde mal den Kühler halten. Gott, dir geht's richtig durch den Magen, ne? Es war schön, mit dir zu spielen. Ja, ebenfalls. Ja, wegen den Pfades in die Katastrophe. Äh, okay. Die Thüler sind nicht mit. Bitte was? Die Thüler sind draußen geblieben. So, die dürfen nicht mit rein. Ne. Und die Rhinus? Die Rhinus sehe ich. Doch, die sind da. Die sind alle neutral gepfiffen. Es geht ja auch schon los. Dann. Na ja, ist irgendwie hier. So, jetzt müsste aber das Missfieber runterkommen. Ja. Tja, wie kriegt man den denn jetzt runter? Die Rhinus kommen nicht mit. Jetzt. Der Drache ist unten. Okay. So, sie ist alle draufgejagt. Ja. Diese kleinen Demoppodons hier. Mann. Oh, drauf auf den Montikor, wenn ich schon runterkomme. Ist noch keiner gestorben. Also, der Apfel ist auch da. Also, ich bin sehr zufrieden bisher. Ja. So. Drei Minuten, aber schon zwei weg. Ja. Oh. Oh. Musst du auf den Gift aufpassen, ne? Aua. Das tut weg. Der kommt nicht so häufig runter. Der kommt nicht so häufig runter. Der kommt runter. Ja, du kannst von Beauty schießen, ne? Ne, ich glaube nicht. Ja sicher. Oder stehst du gerade? Ich stehe auf dem Sattel. Der landet? Ja. Bist du auf mich? Oh, ich bin runtergefallen. Ich muss mir meinen Juti wieder suchen. Auf irgendein Tier steigen. Hallo. Okay. Der kommt runter. Boah, immer nur dieses bisschen, ne? Also das ist gar nicht so einfach mit der Zielsuche-Rakete zu treffen. Ne, du kriegst auch keine Zielsuche. Ich bin auf den Bergestiegen. Ja. Den haben wir, glaube ich. Ja. 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 In ein Tier rein, ne? Alles ins Tier rein? Auch deine Rüstung? Ja. Ja. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Noch 30 Sekunden. Ja, ja, ich hab noch schnell was gegessen. So, ich hab überhaupt nichts mehr. Auch unten die Leiste hab ich leer gemacht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Setze dich aufs Tier drauf, oder? Ja, ne? Ich steh drauf. Okay. Puh, weil niemand hier vielleicht wissen beim letzten Mal. Ja. Ist alles gut gegangen, oder? Ja. Wir sind da. Wir sind eingeklemmt, aber... Ja, beim letzten Mal sind wir rausgeflogen quasi. Richtig. War das Spiel zu Ende, und wir waren nicht mehr Besitzer unserer Tiere oder Gebäude. So. Ja, dann kann man sich ja wieder einziehen. Also, wir ziehen die Tiere jetzt ein bisschen auseinander, würde ich mal sagen. Wir gucken... Gesundheit, Level-Punkte. Oh je, je, das wird aber noch ein Sport hier, die wieder raus sind. So, ein Rex hat ein Ei gelegt. Ja, ja, schon vor dem Start. Ach so. Wo hängst du denn, mein Freund? Ach, wer drunter? Ja, das war ja echt... Das war... Äh, nicht weiter schlimm, ne? Nicht weiter schlimm, ne? Wir... Wir... Ziehen den ein bisschen auseinander, gucken nach Gesundheit. Wir haben nicht an dir verloren. Aber wir können... Die Türlas, die... dürfen nicht mitmachen. Tja. Warum auch immer. Also, die Rhinos sind wir jetzt im Kampf nicht groß aufgefallen, ne? Äh, die haben ja keine Chance gehabt, glaube ich. Großartig. Aber gekämpft haben wir ja. Ja. Also, äh... Ein bisschen Gesundheit verloren. Ja, freut dich doch. Eigentlich so gut wie gar nichts. Nö. Der Rex hier... Oh, der hat vier Punkte. Ein bisschen Benommenheit. Passt das bisschen. Der schritt gleich ein. Guck mal. Benommenheit. Aber wieso? Er hat Benommenheit die Hälfte. Ja, wir kämpfen. So, da gehen wir mal einmal rum. Du bist schon... Hast du die schon alle versorgt? Nein, nein, ich hab die nur auseinandergezogen. Ich hab mich noch nicht um sie dir selber gekümmert. So. Der hat der Deck Rex, hat zwei Pünktchen bekommen. Ja. Dann packen wir mal die Tüler zusammen. Ah, hier ist ein 25 Element. Ja, ja. Mantikor Trophäe. 13 Punkte hat er gekriegt. Weil er den letzten Biss gemacht hat, ne? Ja, ich war auch gerade bei einem Rexen, der hat auch was gehabt. Bist du das gewesen? Ne. Äh, hier. Und nochmal 25. Okay. Ja, aber der hatte nicht viele Punkte. 12 Punkte. Und nochmal 40 Element. Und die weiße Dame, die war nur aus Begleitung. Da bist du gekommen. Oh, also auf Gesundheit möchte ich... Ja, bei 13 Punkten halbe halbe, ne? Ja. Das ist aber... ne Leistung gewesen, ne? Ja. Ja. Warum, ne? Haben wir alle... So, du hast mein Zeug. Schick. Oh, ey. Guck mal den Schuss, King. Schick. Schick. So. Tja. Tja. So. Äh, ich glaube... Wir bringen die Sachen weg. Du bist natürlich schon wieder angezogen. Ja, natürlich. Ich bin am Fernsehen, hallo. Achso. Was ist das denn? Schick. Mach drauf den. Ich bin dabei. Sag mal her, die Schlappen. Okay, sieht aus wie Holzpantoffeln jetzt. Ja. Von Holländern, weißt du? Ja. Sieht, äh, blöd aus. So, äh, Leute, wie... Wenn das erstmal jetzt alles nach Hause bringt. Wie viel, wie viel, äh, hast du Element? Ähm, 65. Ja. Sind es 90. Wir nehmen die Tür an, wir bringen das nach Hause. Äh, was hätten wir denn noch zu Hause als Ersatz? Hm. Also, die sind drei Plätze frei, ne? Ja, die müssen aber dann auch gefüllt werden. Also, äh, was haben wir denn da noch? Ja, einen Bär hätten wir noch? Ja. Aber... Fangen wir uns halt noch zwei Rechse oder so? Ich weiß nicht. Zwei Techrex. Max. Was? Oder was? Erstmal... Weil Babys aufziehen, das dauert ewig. Ja, das dauert ewig. Die müssen sich hier sowieso, äh, ausheilen. Da sind aber einige, die sind nicht im Futtertrog hier. Ja, die sind alle nur irgendwo hingestellt halt, ne? Die kommen doch eh in Kryo jetzt, oder willst du hier lassen? Nein, die bleiben dann hier. Die bleiben gleich hier. Lass ich ja. Bist du jedes Mal alles umführen? Der ist ein Futtertrog. Futtertrog. Der auch. Der auch. Der auch. Du kommst auch ein Stück nach vorne. Tja, da kommt der eine Bär noch mit und dann? Äh, machen wir dir aber alle leer, ne? Weil die sind jetzt im Futtertrog. Kann kaum noch was tragen. Warte mal. Wo ist der der Futtertrog denn? Hier hinten. Ähm. Ich hab so ein Levelwacht. Runden, ne? Hast du auch? Ja, aber was willst du damit anfangen, ne? Hm. Sollten wir das mal ausleeren? Oder was wir holen? Was denn? Wir holen uns mal so ein Rudel Alu dazu. Drei Stück? Ja. Gute Idee. Ja. Wir haben doch schon sonst alles möglich. Noch mehr Rex? Naja. Weil die hängen jetzt sowieso im Futtertrog. Die können sich noch ein bisschen... So sind alle leer, ne? Denke ich. Die Wunde ablecken. Ja, dann füllen wir die Lücke auf. Machen wir am besten hier einen Schnitt. Mit? Ja. Also bis nach Hause nehmen wir die... Nehmen wir euch nochmal mit. Okay. Okay. Wir gehen aber nur zur Burg. Äh... Die Kryo? Ja, die können doch hier bleiben, oder? Und wie willst du die Alu einpacken? Ach so, hier oben. Ja, dann gehen wir mal mit der Tülle kurz nach Hause. Nur zur Burg? Ja klar, zur Burg. Und dann... Ich hab wieder den falschen. Muss ich per Hand auf Folgen setzen, sonst erfische ich irgendeinen falschen. Also modisch. Ja. Nee. Das ist jetzt nicht witzig, ehrlich. Mann! Ein Schritt rückwärts. So. Du weißt schon, wo lang, ne? Nee, aber wenn ich erstmal hier raus bin... Okay, die ist runtergesprungen. Wird's jetzt dunkel, oder wird's jetzt hell? Boah, Polovia. Ist der Tüller hinter mir? Ich glaub, es wird Tag. Ja, 7 Uhr morgens. Mhm. Ach, da bist du ja. Muss man sich mal vorstellen, wir waren schon auf dem Weg dahin. Und dann ist es auch aufgefallen, dass wir nur die Tiere dabei hatten. Es fehlt alle Raketenwerfer. Ja. Ja. Muss man nochmal nach Hause lauten. Oh, es ist dunkel. Boah. Oh, du siehst mich ja nicht. Ich seh gar nichts, ne? Ach. Aber wenn wir mit 20 Tiere gehen können, dann nehmen wir auch 20 Tiere mit, ne? Ja. Obwohl ein paar von den Rexen, hab ich gesehen, die standen an der Seite irgendwie rum, ne? Ja, die haben nicht mitbekommen. Aber das spielt keine Rolle. Dabei sein ist alles, ne? Olympische Motto. Und diesmal, da war keine Probleme gehabt, ne? Mit, äh. Ich weiß nicht, was da los war beim letzten Mal. Und die Einstellungen sind gleich. Ich hab nichts dran geändert. Ja. Einmal dürfen wir nur einen Boss machen. Beim zweiten Mal dürfen wir gar keine Bosse machen. Mhm. Ja. Irgendwann muss doch positiv aufwärts gehen. Ja. Und die Tür haben wir auch Spaß gezüchtet. Umsonst. Quasi. Naja. 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 Und sonst ist ja nie überhaupt, ne? Mach schon Spaß. So. Ne. Ne. Links. Links. Die Treppe hoch. Tja. Ich meine, du hast ja auch die Wölfe. Ne. Ja. Ja. Die kannst du abpfeifen? Ja. So. So, Freunde. Dann machen wir hier so einen kleinen, ach so, die schicke Fähnchen. Wohl ich jetzt gar nichts sehe. Ja. Falsch rum. Ist ja egal. Ich bring die auf den Außenmauer, das ist doch viel schicker. Ja. Dann das schwere Zeugs ausladen. Ja. Kannst du ja. was hast du jetzt gelernt? Ja. Vielleicht kriegen wir noch den Teleporter fertig. Diesmal. Meinst du? Aber noch nie gehabt. Ja. Über den ersten Boss sind wir noch nie hinaus. So. Das ist natürlich ein Empfangsbild. Nein. Falsch rum. Okay. Ja. Unde? Coge la. Ja. Coge la. Ja. Unde? so naja das liegt am wind so vorne dann bis macht uns auf die suche nach hallo und dann man sieht sich wieder bis zum nächsten mal